Innerhalb der LVT 100 haben wir mit den Authentics Dekore, die synchron geprägt sind. Das heißt, hier folgt die Oberfläche dem Dekorbild. Da, wo ein Astloch ist, sehe und fühle ich das auch entsprechend. Und das Ganze haben wir so ausgelegt, dass die Prägung eine sogenannte U-Form hat. Das Besondere an der neuen U-Form unserer Porre ist, dass wir durch die Abrundung der Kanten nicht mehr diesen Plastik-Haptik-Effekt haben, sondern das Ganze viel authentischer, natürlicher, wie echtes Holz wirkt. Die neue Kollektion bietet wirklich eine Bandbreite an neuen Dekoren, an innovativen Produkten, die vorher so nicht da war. Wir haben neue Oberflächen, die jetzt das besonders authentisch auch darstellen und bieten somit Gestaltungsmöglichkeiten, die es vorher so nicht gegeben hat. Bodenbelege bieten die Möglichkeit, Räume zu verändern, Design zu kreieren, was das komplette Interieur ändern kann. Interieur. 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 Interieur.